Ja hallo Leute und ja heute ist wieder Donnerstag und am Montag war ich ja mit meinem Opa in Fürnitz am Güterbahnhof. Jetzt habt ihr schon mal gesehen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Link ist in der Videobeschreibung. Und ja ich möchte ganz kurz erzählen, also ich sag euch das ganz kurz was wir gemacht haben. Und zwar wir sind, also wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, aber ich habe es ja hochgeladen, schon. Also das ist heute, ich glaube 28. Mai, der 28. Mai ist heute. Und ja ich sehe das Video aber irgendwann im Juni oder Juli sogar schon, konnte es sein. Und ja ich möchte ganz kurz zeigen, also in Fürnitz, das ist ein Güterbahnhof und in diesem Güterbahnhof werden alle Güterzüge zusammengestellt. Also da werden alle, da werden die Loks und die ganzen Waggonen alle zusammengestellt. Die Waggonen lassen sich so, die Gleise so rollen, auf den Gleisen. Also die, äh, fahren sie von oben rein, lassen sie rollen, da sind ja so Rollen. So Dinge, die sind immer so laut, weil da haben sie so Bremsen reingemacht. Das ist ein bisschen Drems, die Waggonen. Und die werden dann zusammengehängt und dann kommt eine Lok und fährt die dann, und dann fährt die Lok halt, und dann kuppelt sie an und dann, äh, ja. Dann, ähm, war es das eigentlich schon. Ganz kurze Info und ja, bis später. Tschau